Hallo meine Freunde, hier ist euer Delma mit einer neuen Reaction zu Soulking Feet Rimka Lela Willy Rimka ist ein Deutschrap, Französische Rap Legende Amerika, Ryan B. Fever und Soulking, ihr wisst doch, der Bruder ist Boah, Alter, das wird Baba, ich sehe es jetzt schon, das ist diese Oldschool Arbe Songs, Willy, ich sehe es jetzt schon Soweit ich weiß, sind das doch beide Algerier, ne, ja, ja, ich glaube das sind beide Algerier, also Soulking Feet Rimka heißt glaube ich auch Algerier, ja, ja, die sind beide Algerier Willy, ich glaube das wird ein Baba Song, ja, schon der Anfang ist episch, Allah, das hört sich geil an, ja Boah, das können nur, das sind nur arabische, das sind diese arabischen Songs von damals, Bruder, feier ich übelst Jetzt, zerstört Oh, da, ja, Mann, ja, Mann, Alter, Ringkater, Ryan B. Fever, vielleicht habt ihr das früher gehört, das sind brutale Songs Bruder, enttäuscht Soulking jemals, enttäuscht er jemals, nein, der Bruder enttäuscht nie Oh, Bruder, der macht, oh, der macht arabisch, Bruder, feier ich, und dann macht der Bruder, ist das stark, Alter Das hat einfach deutsche Wörter darin, Bruder, Soulking ist Legende, Alter, oh Allah, der nimmt, der hat die letzten Jahre alles hops genommen, oh Allah, der Bruder ist stark Was, was musikalisch, kommt kein Deutscher jemals daran rein, von deutsch Rap, Pop und so, diese R&B und so eine Scheiße, da kommt keiner ran Rap im musikalischen Stil, der macht ja gar kein Rap, in dem Sinne, manchmal rappt er aber so, der singt ja eher Ist wilde Couscous, wallah, diese wilde Couscous würde ich auch zerfetzen, jetzt würde ich echt zerfetzen Ich hoffe, was für eine Stimme er hat, ich hoffe, was für eine Stimme er hat, wallah, du kriegst einfach Angst, du kriegst einfach Angst, wenn du, der ruft dich an Ja, ja, Soulking reka Rischige OG Legende, Bruder, der Flow, wallah, das ist Kindheit pur, Bruder, der Typ ist Legende, Alter Und der ist mit der Zeit gegangen, der ist seit 20 Jahren immer noch aktiv, Alter, der ist mit der Zeit gegangen Und das vergessen manche Ich weiß gar nicht, der ist bestimmt locker über 45 oder grenzt an der 50 Safe, Alter, safe Safe Bruder, das liest pervers, hullah, das liest echt gut Boah, jetzt so ein wildes Sommer-Night Boah, im Urlaub, jetzt wird das reinknallen, das wird richtig reinknallen Das ist ja eigentlich kein Rap so gesehen, ja, Wurmka hat ein bisschen gerappt, aber eigentlich ist das ja so singen Warum ist der deutsche Pop nicht, kommt er nicht an diese französische Pop an, nicht an dieser Musikqualität heran, nicht, auf keinen Fall Willi, jetzt auf ein Taksera, lersi Aha, ich würde richtig alles wegtanzen, ja, jetzt, wallah, ich hoff einfach im Kai, mitten der Leute Brutales Lied, Alter, was ist das für ein Fußball-Club, ja, ist das in Algerien? Lala Abkomm Al-Jazairien, khotin, abkomm, abkomm Wallah, jlah, auf jeden Fall check zur King fitremka ab, lala Brutales Lied, wenn euch meine Reaction gefallen hat, würdet's mir selber an Abon-Like Freund. Peace out, euer Delmann.